moin moin meine freunde tag 4 beginnt gestern war ja geisteskrank alter die 14 räume war unnormal der jonah der auch so gut ist wie wir hat einfach nur 9 geschafft und wir 14 heute hat er sogar vor uns angegriffen und hat 14 räume geschafft das heißt um ihn heute zu schlagen müssten wir 15 schaffen um in allgemein wieder erster zu sein würden theoretisch schon acht reichen natürlich reicht uns das nicht ich versuche die 15 zu schaffen wird aber hart schwer wir haben aber geile truppen am start viel spaß also wir haben mega geile truppen am start wir haben baby dragons bomber raketen chargebuch magier riesen also wir haben alles am start was wir brauchen so wir gehen jetzt einfach mal rein wir starten mit dragon kombi wir haben genug swap bücher für die erste runde guckt es euch an mit dem entzünden mega strong schad spruch ein dinger easy ein goblin ja entzünden ist einfach beste so ein bogey noch hinterher safety magier aber sowas von wir machen goblins ne goblin wir machen ein goblin ja riesen ist auch strong digga ja wir machen erst die riesen ich bin wieder da was war das denn alter nee natürlich darf das nicht passieren oh das war so lust eine magierbombe noch mal drängst dazu wir nehmen lobs ein bogey mehr ja das war wirklich fail so wir nehmen 13 goblins ach digga das mit dem riesen das geht mir jetzt doch auf den sender was sagt ihr zu drachen naja 4 dragon schilder alter das war echt nicht gut nochmal swaps dazu ich mach erstmal einen bogey und lass es entzünden wirken noch mal einen bogey noch einen bogey so ich hab ne idee digga ne kein swap bücher aufsparen ich würde bomber sagen da haben wir die dazu wir nehmen bomber wir müssen von den bogeys dazu kommen also ja ich weiß dass ich noch keine habe aber wir müssen die bomber am ende eh haben wir müssen am ende runter von den kobolden und runter von den bogeys wir brauchen am ende riesen magier bomber und drachen das sind die sachen die wir brauchen ich würde magier kombi machen schöne magier bombe wir nehmen nochmal drachen dazu ich spiele heute auch ein bisschen lost muss ich sagen ok bogeys loswerden ist auch ein guter call ja stimmt wohl goblin charge aufräumen aufräumen ist gerade die gewise wir müssen die goblins und die bogeys loswerden neun drachen auf jeden fall sehr strong sehr sehr strong wir machen die bomber zwei raketen jetzt würde ich tatsächlich mit riesen zocken mal kurz gucken was die machen ja aber die riesen so machen keinen sinn wir müssen mindestens eine rakete spielen das ist stark ja ne nicht rakete der drache stirbt so nicht das ist ok zwei goblin nochmal acht drachen easy wir machen wir swappen zweimal den drachen das ist sehr strong ist mir egal ich nehm trotzdem swap eine rakete auf den zu legen ja easy ja ein bogeys safe ja walk it so digga so ne wir spielen so und dann bomber wir müssen die magier beschützen warte mal kurz wir müssen den vorderen magierturm raketen wir jetzt bleiben die magier am leben der rest macht das entzünden jetzt auf jeden fall einen bogey erstmal wir machen walk it ja machen wir auch riesen erstmal wieder dragons ist strong also haltet mich für bekloppt ne aber ich glaube dass lockt das sinnvollste ist ja ne nochmal loggen das ist ein call ja das ist nice machen wir noch eine rakete so ja 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 ist besser besser ist es nichts riskieren digga wir nehmen bomber okay fünf swaps und dann machen wir die drachen in einer lane so wir machen komm jetzt haben wir nichts zu verlieren machen wir den noch dazu ist besser so das ist schön das tut halt jetzt weh wir müssen die magier nehmen sonst sind die tot ein kobold ja das tat halt hart weh ich würde tatsächlich eine walk it machen und dann die drei goblins fertig das ist nice zwölf mal magier ein drachen und dann die bomber machen wir so es stirbt keine riese das ist okay wir müssen dragons wieder aufbauen safe ein bomber und zwei riesen oder ein baby hat nicht gereicht habe ich geguckt das ist strong ui 14 magier da muss ich nicht überlegen ich würde jetzt erst äh riesen machen ich würde jetzt erst riesen machen und dann die dragons ja 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 hundertprozentig die sache ist es werden magier sterben es werden magier sterben vielleicht den magierturm hinten links rocket raketen es werden immer noch magier sterben aber das können wir nicht verhindern dann ist das so das ist aber auch gar nicht so tragisch dann swap auf jeden Fall schadet nichts mehr okay es ist nur ein magier gestorben das ist voll in ordnung das wäre schon also shit das ist schon hardcore das entzünden bringt halt mächtig viel wir probieren es anders erstmal den hier mit der rakete weg bomba ist halt nicht geil aber bomba nach vorne ja Digga lost lost egal passt passt und jetzt eine rakete noch mal 16 magier schmeckt alter what the fuck 16er magier kombi reicht nicht wow ja ist okay ja ja raketen nehmen auf jeden Fall ein dragon so ein riesen noch so jetzt werden ja wohl die magier reichen meint ihr echt rakete okay ich vertraue euch ich vertraue euch shit ich würde gerne den babyfeuer einsetzen dann haben wir einen magier mehr dann haben wir einen magier mehr dann könnte rechts das gebäude kaputt sein das können wir machen aber es bringt nicht ganz viel was bringt halt genau das wenn wir vorher dem baby einsetzen dann müsste das reichen wobei es sei wir machen das so wie kann man so viel Pech haben chat wie geht das kann mir das mal jemand erklären Digga wir müssen rakete machen wir müssen wir müssen nee linke baby setz äh linke babies lost rechte babies meinst du äh rakete die babies dürfen wir nicht wasten goblins mit triple decker als erstes magier ja könnte aber auch besser sein doch 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 magier war gut babies machen wir jetzt riesen ja nochmal swap für babies wir machen babies tat ein bisschen weh aber geht ist okay eine rakete und dann die goblins wir müssen die goblins so oder so spielen dann können wir uns besser die riesen safen das reicht aber auch das hat gerade so gereicht also ich würde die 13 magier nehmen muss ich euch so sagen 13 felder haben wir das passt vorher vielleicht links eine rakete wir machen noch eine rakete wir machen es erstmal lock ist verlockend ja lol war das ein schlechter wortwitz wtf das war ja der schlechteste wortwitz überhaupt so wir spielen die riesen eine rocket müssen wir ja 15 räume so 11 babies geil alter wir haben sogar noch ne hütte geil wir haben sogar ne hütte rocket warum ach so rocket auf die hütte und hoffen dass noch babies kommen meinst du die sache ist wenn wir noch drei babies mehr haben dann hätten wir die stage wahrscheinlich ne wir machen es so wir machen es so goblin sind halt auch stark mit triple dagger also das ist echt schwierig mag ja okay machen wir einfach hier endet die reise chat hier endet die reise ich überlege gerade kann man noch kann man noch entzehren entzehren geht nicht mehr ne dann spielen wir aus spaß noch ein bisschen swobbidi swob schade ich hätte gerne noch entzehrt egal gg digger 15 räume heftig hart heftig 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 stabil mega 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 stabil chat richtig strong das ist unser rekord wir haben unseren eigenen rekord gebrochen alter wir haben wirklich unseren rekord gebrochen einfach mal fast 10.000 gold in einer runde chat sieben räume in führung das muss uns erstmal jemand nachmachen guckt es euch an wir haben unseren rekord gebrochen alter ist das nice wir brechen einfach unseren eigenen rekord lollipop vielen vielen dank für dein sub gift und glückwunsch an luca glückwunsch bro das war es doch schon wieder mit der täglichen liga für heute wir haben einfach unseren all time rekord gebrochen wir haben unseren rekord gebrochen den wir irgendwo in gold aufgestellt haben unnormale 15 räume und das in legendary 1 das ist geisteskrank mega 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 gut wir sind mittlerweile bei 50 räumen das muss uns erstmal jemand nachmachen wir haben glaube ich lass uns mal kurz gucken sieben räume abstand zum zweiten ultra stark ich glaube das nimmt uns auch keiner mehr weg wir sehen uns morgen bye bye euer Sai